Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Ja, wir haben noch zwei Orte, wo wir hingehen müssen. Zum einen hier hin und zum anderen hier ins rote Sumpfland, meine ich. Obwohl, ob sie den Grasland könnte auch sein. Gehen wir erstmal ins Frostland. Wo das Spiel mir auch sagt, dass ich hin soll. So, einmal kurz Karte. Da hinten müssen wir hin. Machen wir uns den Weg so kurz wie möglich. Weil ich will jetzt versuchen, durch die Story mal ein bisschen mehr durchzuraschen. So, hoppa. Für so einen kleinen Hügel nehme ich doch nicht Sneeboss. Das hier ist schon eine andere Geschichte. Sonst kommen wir hier nicht so wirklich drüber. Los, Sneeboss. Klitter. Klitter. Wunderschön hier oben. Okay, gleich müsste uns Tobos, meine ich, über den Weg laufen. Bei Tobos war ja der für Stärke. Hallo, Volo. Hallo, Volo. Hallo, Perla. Oh, der enthält Meerwasser. Vielleicht ist ja auch eine unterhörte Höhle mit dem Meer verbunden. Ach ne, selber wacht dir nicht, Tobos. Und offen. Ja, ich habe ein wirklich erstaunliches Gerät, womit ich Höhlen finde. Die Frage ist, welches Pokémon mich diesmal verprügeln will. Hier läuft ich gerade eigentlich gerade in den Rücken runter. Hm. In einer eiskalten Gegend. Ich frage mich, wieso. Oh, nein. Ein Sorak. Ich will dich fangen. Du bist wahrscheinlich Unlicht. Bitte lass mich dich fangen. Ich will dich haben. Dunkelklaue. Aua. Erstmal Uplight-Hieb. Der natürlich keine Wirkung hat. Ist der nicht Unlicht? Ist der ein Geister-Pokémon? Normal-Geist. Ach, Tara. Dein Einsatz. Oh, nein. Eine schnelle Dunkelklaue. Ich habe... Schade, dass es nicht sehr effektiv ist, ne? Ich will es ja nicht umbringen. Zumindest nicht instant. Ich will gucken, ob ich es fangen kann. Fängel-Schmier bringt dir auch nicht so viel. So, darf ich den Hyper-Ball werfen? Ja, komm, bitte. Bleib drin. Ich will dich haben. Ich habe einen Sorak. Jawollo. Das ging euch schnell. Ach. Das Pokémon ist ganz friedlich. Hallo, Hilfe. Jetzt sind wir Freunde. Später müssen wir uns prügeln. Tut mir leid, aber bei mir ist leider nicht viel Wissen drin. Bad Rebi hat zwei. Zubat hat, meine ich, gar keine Augen. Incognito hat eins. Magneton drei. Und Zwirklops eins. Warte. Ich rechne kurz zusammen. Auf sieben Augen müsste ich kommen. Ach so, ich muss mit Komma rechnen. Äh, zuerst Bad Rebi. Bad Rebi hat zwei. Danach kam Zubat mit null. Dann kam Incognito mit einem Auge. Dann kam, meine ich, Magneton mit drei. Und dann Zwirklops mit einem. Ich habe mich verdrückt, oder? Ich habe aus Versehen auch die fünften, meine ich, gedrückt. Ich habe jetzt gesehen, äh, im Pokédex, was mein Fehler war. Bad Rebi hat sechs Augen, weil es drei Viecher aneinander sind. Und ich dachte, die ganze Zeit eins mit zwei Augen. Ich weiß nicht, wie dieser Fehler zustande kam. Das war mein Fehler. Ich sage doch, in meinem Hirn ist nichts drin. Ich habe die ganze Zeit Bad Rebi falsch geschätzt. Weil ich die ganze Zeit aus irgendeinem Grund dachte, Bad Rebi hat zwei Augen. Nein, es sind drei Viecher mit je zwei Augen. Direkt als ein Pokémon, als eines. Ich bin aber auch eine Intelligenz-Bestie. Äh, was ich jetzt gleich mache, ist Zoroak mein Team hinzufügen. Dafür kann ruhig der Raptor raus, tatsächlich. Ja, ging alles gut. Hm. Ja, das ergibt wirklich Sinn, ne? Ich habe das Gefühl, Volo wäre diese falschen Hände. Hm. Okay. Zwei Seen hätten wir noch vor uns. Erstmal wieder zum Fräulein zurück. Zwei Seen hat uns auf die Probe gestellt. Eine Seen für Karle. Diese Wärme, die davon ausgeht. Wenn man die in den Gegend bedenkt. Hm. Bestimmt bin ich der Erste. Und was meinst du damit? Äh, die wollen wahrscheinlich jetzt auch noch Jagd auf mich machen. Ich glaube, er sieht sie nicht als Kollegen an. Ich weiß, wer sich dort befindet. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Keine Sorge, ich schaffe das schon. Ich will nicht nur zusehen. Ich muss sie dann zu den Nebelruinen bringen. So. Aber zuallererst. Wo ist mein neuestes Mitglied? Hallo, Sorak. Willkommen im Team. Ich muss eben kurz gucken, was für Attacken kann es. Als Rengeschmied kann ich halt wirklich nicht gebrauchen. Aber cool, ich habe Sorak. Im Übrigen, das hier kann ich mal eben kaufen. Nix. So, auf zum letzten See. Äh, ich hoffe, ich bin zur richtigen Basis. Ne, ich glaube, bin ich nicht. Bei dem See war ich auch schon mal, ne? Der ist hier ganz rechts. Direkt neben der Diamantsiedlung. Da komme ich easy hin. Ist einfach hier den Berg hoch. Den Berg, nicht den Baum. Jetzt klettert er da schon hoch. So, einmal kurz wechseln. Los, Wasser, Skwee. So geht's halt am schnellsten. So, jetzt geht's an den letzten. Tobuts. Welches Pokémon wird mich da erwarten? Mir fällt gerade ein, dass Vizka- Äh, 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 Vieh von letztem Mal hätte ich dann auch fangen können, ne? Und hab's nicht getan. Aber es wird wahrscheinlich irgendwo nochmal rumstreifen. Bei Zorak bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich froh, dass ich's gefangen hab. Du hast jetzt zwei mehr gesehen und erschreckst dich immer noch. Wart mal, ich will kurz Zorak überprüfen. Zorak, deine Fähigkeit fühlst dich kurz gern, bitte. Darf ich nicht erfahren? Okay. Oder ich war blind. So, welches Pokémon steht da? Ist das eine neue Version von Baldorfisch? Ich muss halt meine Kühnheit unter Beweis stellen mit meinem Blitzer. Das sieht aus wie ein Baldorfisch. Ach, das ist wahrscheinlich jetzt eine neue, äh, Entwicklung zu Baldorfisch. Ja, mach doch mehr Schaden. Ladestrahl! Was? Du bist kein, äh, Wasser-Pokémon? Oh. Ich dachte, du wärst Wasser. Gift und Licht. Ich fass es nicht. Uplight Heap! Noch einmal und ich kann ihn fangen. Um Gottes willen. Auch schon. Ich picke einfach mal mein Syveru in den Krieg. Ach, scheiße, das ist ein Gift-Pokémon. Dreck! Ich will nur Pamphärne überleben. Äh, wisst ihr was? Ich werfe den, äh, Hyperball. und hoffe aufs Beste. Ja, bleib drin. Perfekt. So, Torboots, was ist deine Prüfung? Und zwar deine richtige Prüfung. Hallo, Torboots! Ich bin hier am putzigsten. Ich soll deinen unerschütterlichen Willen beweisen. Ach, Nee. Habe ich jetzt ein Battle mit Tubots? Hey! Das ist unfair. Wo bist du? Hallo? Torbuts ist unfair. Ich gebe nicht auf. Wer hätte ich schon treffen. Wo taucht Torbuts auf? Da. Ich hab doch getroffen. Ey, Torbuts ist unfair. Ich werde nicht aufgeben. Ich habe hier Entschlossenheit. Ich hab Deltorun durchgespielt. Dann schaffe ich das ja auch. Du verarschst mich doch einfach nur. Niemals. Das ist wahrscheinlich das, was hier eigentlich getestet wird. Meine Entschlossenheit. Ich glaube, ich habe einfach gerade irgendwie schnell genug geworfen. Oder es hat Mitleid. Eins vor beiden. Otto, sind Szene. Missionen abgeschlossen, würde ich mal sagen. Und danach heile ich meine Pokémon. So, jetzt können wir die rote Kette machen. So, jetzt müssen wir nur noch zu den Nebel rühren. Ja, mein Herz schlägt dann auch höher. Ich habe das Gefühl, hier passiert was Besonderes. Was auch immer da steht, ist es wunderschön. Hm. So, jetzt müssen wir die Dinger zusammenfügen irgendwie. Hm, eventuell hat sie es auch. Hm. Erstmal auf die rote Kette konzentrieren. Wie machen wir das jetzt? Die drei, da tun's. Sie sprechen zu mir. Die rote Kette. Ciao. Okay, ich zeige mich wieder. Danke, ihr drei. Ja. Alles war die Wahrheit. Ja, hier scheint's nicht gerade gut abzulaufen. Äh, und da würde ich vielleicht seitdem der Krieg mit Arceus wahrscheinlich an. Alter, das kann der wirklich nicht wissen. Der wird doch gar nicht zuhören. Hallo. Oh, Lummius hat mich vermisst. Hm. Mir geht's halt ganz gut. Ich weiß, wie man in der Welt ist, da ich kommt. Hättest du das für eine gute Idee? Ich habe geleistet, was ich konnte. Man macht sich immer gleich Sorgen um mich. Warum? Mir geht's doch prächtig. So lange war ich doch gar nicht weg. Ich weiß schon mal, warum es sich da handelt. Darf ich auch selber laufen? Nee. Ich habe sehr nützliche Informationen. Nämlich über die drei Seen und die rote Kette. Ja, der ist aufgebrochen, um sich selber umzubringen, offenbar. Ja, und da darf ich jetzt hinklettern, ne? Ja. 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 Ja, ohne mich krieg ich dir halt nichts gebacken. Ja, ich bin wieder ein Mitglied des Trupps. Der war eh nicht mehr ganz besinn. Ihr Forschungstopp regelt. So, Leute. Hier beende ich das jetzt aber mal für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal gibt es den letzten Part hoffentlich. Kann sein, dass der dann auch ein bisschen länger wird. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal jetzt wieder. Tschüss.